40 Kilometer hinter Welling, nichts als Hügel, Hügel, Hügel. Ab und zu auch mal ein paar Schafe. Das mit den Schafen wird in den gängigen Reiseführern über Neuseeland aber total überbewertet. Wir haben immer gelesen, dass es hier mehr Schafe als Einwohner geben soll. Auf den 200 Kilometern nach Akitio sehen wir einen Vulkanhügel nach dem anderen. Aber kein einziges Schaf. Dies hier haben wir extra aufgenommen, damit überhaupt mal ein Schaf durchs Bild läuft. Das mit den Däumen, das mit den Däniken die Däumen runtergelegt. Jetzt steht der Hügel. Das mit den Hügel ist ein Schaf. Das mit den Däumen nach Akitio sehen wir einen Schaf. Das mit den Hügel ist das mit den Hügel. Untertitelung des ZDF, 2020